Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Die Lia, der dicke Wikinger und ich, wir sind ab heute offiziell im Urlaub. Das heißt, vom 18. bis 25. sind wir nicht im Lande. Für euch wird es in dieser Zeit natürlich weiterhin Videos geben. Ja, ihr könnt leider keine Streams schauen, das ist ja an sich nicht möglich. Wir werden aber Urlaubs-Vlogs aufnehmen. Das heißt, wir werden unsere Reise ein wenig dokumentieren, werden euch zeigen, was wir alles gesehen haben und das dann mit zurückbringen aus dem Urlaub. Bis dahin hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit. Ist ja nur eine Woche. Auf jeden Fall fahren wir heute in aller Früh los. Es ist gerade halb 8 Uhr morgens am Freitag, dem 18.9. Wir haben jetzt ungefähr 10 Stunden Fahrt vor uns. Wir freuen uns schon sehr darauf. Und naja, mal sehen, wie es läuft. Ich habe wirklich emsig, emsig für euch vorproduziert. Nächste Woche kommen leider von Dienstag bis Freitag nur zwei Videos täglich. Sollte aber hoffentlich auch ausreichen für die, die gerne Witcher und Everybody's Gone to the Rapture schauen. Danach geht's los mit neuen, frischen Projekten. Ich habe ja jetzt auch zwei Konsolen hier stehen. Xbox 360, äh nicht, ne, die Xbox One ist das, ja. Und die Wii U. Da wird ja in Zukunft was kommen. Außerdem kommt jetzt auch am 22.9. Soma in den Handel. Das heißt, das neue Spiel von Frictional Games. Das werde ich natürlich spielen. Aber erst, wenn ich wieder da bin. Ich hoffe und vertraue schon mal darauf. Und danke natürlich im Vorhinein an die Leute, die das den anderen in den Kommentaren mitteilen. Wenn jemand fragt, wann kommt das und das? Und naja, wenn ihr da ein bisschen Aufklärung leistet. Ich finde euch super. Ihr wisst Bescheid, wen ich da jetzt ansprechen will. Ihr seid klasse. Auf jeden Fall danke ich schon mal für die Treue. Ich hoffe, auch neue Zuschauer werden das verstehen. Und vielleicht warten, bis ich wieder da bin. Ich kann es ja nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich es mir mal verdient, würde ich meinen. Wir haben es uns verdient. Wir haben das Ganze ja jetzt hart gearbeitet, sind umgezogen. War eine stressige Zeit. Die Gamescom waren noch dazwischen. Eieiei, ja gut. Die Woche, die gönnen wir uns einfach mal. Leute, habt eine gute Zeit. Ich danke sehr. Ach so, Merch. Merch gibt es auch noch danach. Aber werdet ihr sehen. Vielen Dank und bis dahin, euer Bruger.